Freunde der prickelnden Unterhaltung, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Unturned. Mit dabei sind die bekannten Flitzpieten, Cola, Darkboft und Schleim. Und in der letzten Episode bin ich ja zum Ende nochmal getötet worden. Gut, ich war auch ein bisschen unvorsichtig. Ich hab nicht erwartet, dass ich so schnell wieder Besuch bekomme. Ich lauf hier zu meinem alten Platz, wo ich gestorben bin, versuch da die Sachen aufzusammeln, die ich aufsammeln kann, und dann gehen wir auf Marek drauf. Entweder hab ich ihn ja grad getötet oder seinen Kollegen. So oder so freut uns das. Du meinst mit draufgehen, du wirst... Oh, das ist unglaublich. Die sehen ein und müssen direkt Munition verschwenden. Zum Kotzen. Aber die Frage ist natürlich, seid ihr grad auch auf dem Weg? Weil ich könnte sicherlich ein bisschen Hilfe gebrauchen, wenn er vielleicht noch irgendwo in der Nähe ist. Also, wohin? Ich bin zur Apotheke gekommen. Also, das ist hinter der Apotheke, die Straße entlang. Da, wo die ganzen Schilder sind. Ihr wisst ja, wenn man so gesehen die Straße, die Hauptstraße zur Stadt reinfällt, da sind ja so Schilder wie Doc Morris oder keine Ahnung Richtung Stadt und so. Da war ihn getötet. Yay! Da hinten ist auf jeden Fall, glaub ich, noch einer. Oder irgendwas zuckelt da grad im Bild. Ich erkenne grad auf jeden Fall keinen guten Loot. Entweder hat der alles mitgenommen oder hat seinen Kollegen noch gerufen oder keine Ahnung. Doch, der ist da noch. Der ist da noch. Kann einer von euch herkommen? Wo ist wer? Wo ist der denn? Wie gesagt... Ich seh das Loot. Ich seh das Loot. Und da hinten bei dem Bäum ist der. Der ist beim Bäum. Der schießt jetzt auf mich. Der schießt auf mich. Springt der? Springt der? Nein, der springt nicht. Okay. Siehst du einen Nackentypen? Ich hör's schießen, aber ich kann... Kommst du von der Tankstelle? Ich bin weit hinter der Tankstelle. Ich bin beim Kartenende schon quasi. Scheiße, er hat mich. Er hat mich. Er ist da. Marek, Mairi oder keine Ahnung. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Töte ihn, bitte. Töte ihn. Ich hab kein freies Schutzfeld. Sobald du es machen kannst, töte ihn. Er ist ein Gegner des Friedens. Treffer. 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 Ich hab ihn. Er ist tot. Dann pass mal ein bisschen. Bleib möglichst weit weg vom Loot. Ich komm dahin und sammel auf. Ich brauch nicht so lange. Pass auf den Loot bitte auf. Wo ist das denn? Das ist außerhalb der Stadt. So, hier ist schon mal eine Flasche. Ich sammle gleich alles auf, was ich kann und dann bringe ich das zu euch. Bitte nicht wieder dahin gehen. Die werden jetzt da wieder mit einer Axt oder so hinkommen. Und ich möchte nicht, dass einer von euch stirbt, weil er grad Loot aufsammelt. Ich sterbe. Nein, ich hab kein Essen und kein Trinken mehr. Dann lauf hin und sammel Essen und Trinken auf. Da müsste noch eine Dose ... Das ist zu riskant. Ich sterbe lieber hier und dann sammle ich meine Waffen lieber ein. Okay, okay. Dann mach das so. Dann versuch so lange wie möglich durchzuhalten. Denn ich komm da jetzt hin. Ich brauch aber noch ungefähr 20 Sekunden. Spannende Folge, Leute, oder? Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Wie euch das Spiel so vom Zusehen gefeilt. Und vielleicht habt ihr es schon mal selbst gefeilt. Ja, gefeilt. Gefeilt. Ah, es gefeilt mir voll gut. Ist voll krass hier, Alter. Voll die Scheiße. Boah. Und ob ihr es vielleicht schon mal selbst gespielt habt. Ob ihr momentan die Beta spielt und so weiter. Ich lauf grad hinter einem her. Hinter mir? Ja, das bin ich. Komm mit, komm mit. Du bist ein ganz schöner Perdo-Bär, oder? Mhm. Ist auf einmal hinter mir. Das macht mir schon ein bisschen Angst. So, ich bin dehydriert zum Tod. Und dann wollte der grad auch an meiner Rosette rumspielen. Das fand ich richtig ekelhaft. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Kannst du mal bitte 10 Meter mehr Abschuld annehmen? Ey, da hinten liegt doch meine Waffe mit dabei, Kollegen Bratwürste, ne? Wo? Da möchte ich auch noch keine wieder haben. Da, wo ihr hinrennt, renne ich in Jokka, denn? Ja, da liegen aber auch meine Sachen. Ich möchte die Mütze nur wieder aufziehen. Ich möchte wieder ein bisschen im Store haben. Vorsicht, irgendjemand schießt dir in der Nähe. Oh, ich hab'n Stammpil. Okay. Ja, das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Spiel. Das muss ich mir schon sagen, ne? Also bei mir läuft's mit über 60 FPS dauerhaft. Und ich bin raus. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Da müsst ihr einfach doppelt liegen. Das ist mir die Mütze. Die Mütze eines mir und der Rucksack. Ja, die Mütze ist mir egal. Hier, der Haufen ist... Da gehören wir auch... Warte, das Medikit gehört mir auf jeden Fall. So. Und die Waffe. So, der Rest. Das war meine Waffe. Ich hatte auch noch Kugelmagazine, wenn da welche liegen. Das waren dann noch meine. So. Da seid ihr. Rucksack. Na, scheiße. Das ist immer so spannend. Okay, ähm... Die Seite, wo ich ihn umgebracht hab, richtig? Genau. Was kann ich hiervon nehmen? Nimm, was du tragen kannst, Mensch. Wir müssen hier gleich wieder weg. Also, einer... Einer läuft jetzt quasi gerade auf euch Zauber. auf euch zu. Das ist bestimmt einer der beiden Flitzpiepen. Der ist auch schon equipped. Okay, Leute. Passt auf. Seht ihr mich? Ich bin der, der springt. Hallo, ich seh euch. Guckt zur Tankstelle. Oh Gott. Hier ist doch schon irgendwas. Das ist der. Könnt ihr euch bitte mal woanders verstecken und nicht bei mir? Ich bin dann dabei. So. Aber nicht meinen Loot aufsammeln. Ich seh dich rennen. Dich seh ich... Wo war der von dir aus gesehen? So ein bisschen rum. Links oder rechts? Links. Links vom links. Ey, guck mal. Hier liegt noch ein bisschen Zeug. Das kann man hier aufsammeln. Da kommt einer. Okay. Okay, gut. Ein Schuss. Ich geh mir grad ein Hemd an. Ja. Obwohl das ist eine Timberwolf. Die behalte ich erstmal. Equipped. Die hat nichts mehr. Die kann weg. Martin, wo bist du? Ich bin hier auf den Berge hochgerannt. Okay. Zwei Schuss, Leute. Zwei Schuss. Aber ist alles leer. Ich weiß. Das ist das alte Munitionsdepot von mir. Ja, ich muss ab und zu auch mal ein bisschen was wegwerfen. Bin ich grad auch noch bei. So eine Sonnenbrille habe ich noch auf. Okay, ich habe noch ein bisschen was aufgesammelt. Ich komme auch gleich nochmal. Könnt ihr mal kurz aufpassen? Ich habe ein Magazin mit 54 Schuss aufgesammelt. Na, super. Das war eins von meinen. Aber egal. Nein. Jetzt hast du es doch. Liegen hier irgendwo noch Sachen, Leute? Hier liegen noch ein ganz bisschen Sonnenbrille und sowas. Magazine sind wahrscheinlich leer. Leute, lasst uns weiter. Wir müssen die... Auf der Bergspitze jetzt hier oben. Wir müssen die beiden wieder finden und den geilen Lut holen. Lasst uns bitte sammeln. Renn doch die Bergspitze hoch. Ja, ich komme nach oben. Spannung, Spannung, Spannung. Die steigt ins Unermessliche. Komm gleich zu euch. Ich muss mir eben noch hier ein bisschen meinen Lut wieder aneignen. Also, wo bist du denn? Bist du nach ganz oben? Ich würde sagen, wir sammeln uns ja oberhalb der Tankstelle. Wenn ihr wisst, wo ich meine. Seht ihr einen Rennen? Hüpft mal alle. Warte, ich muss kurz. Stamina, ich stehe. Ich sehe dich. Komm mal bitte weiter runter wieder. Da ist einer an einem Baum. Steht der Only? Also Only am Stehen? Ich sehe noch einen. Hüpft ihr mal. Aber ich habe doch gerade schon gehüpft. Du wirst doch wohl... Nein, da ist noch einer neben dir. Neben mir? Wo neben mir? Ja, eben. Ich sag ja. Also, ich bin hier am hüpfen. Ich laufe gerade hoch. Ich laufe gerade hoch. Da vorne ist einer. Hüpft mal alle. Hüpft alle. Hüpft, hüpft, hüpft. Wer ist vor mir? Wer ist vor mir? Ich bin hier gerade back in der Luft fest. Ja, das bist du dann. Hallo Schleim. Okay. Komm, komm mal Bro. Wir gehen jetzt auf Jagd. Auf Marek, Malek und so Jagd. Wie soll die beiden da ausgehen? Ich habe 50 Schuss, also läuft. Ich habe 20 plus ein, zwei Magazine mit sehr, sehr wenig Munition. Da unten läuft einer mit ein bisschen Munition oder mit irgendwas. Der mit dem Rucksack. Kannst du den killen? Ich renne da. Hier oben. Hier oben bin ich. Wo bin ich auch. Wo seid ihr? Da habe ich ihn. Ja, ich sammle die Sachen auf. Gib du mir bitte von oben Deckung. Der hatte recht viel, auch Munition. Da ist einer, der läuft auf dem Feld. Da kommt einer. Hier oben ist ein alter Spock. Du müsstest mir, wie gesagt, Deckung geben. Ja, der hat nichts. Aber ich habe dem zur Vorsicht einen mitgegeben. Ja, das ist auch besser so. So, hier liegen noch Sachen. Wo bist du? Oh, du musst oben bleiben. Du musst oben bleiben. Wir dürfen nicht beieinander bleiben. So. Genau. Deck du mal. Ich sortiere gerade das Ding und dann gehe ich gleich wieder runter. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du mir das. Jo. So, ich habe jetzt ein sehr volles Magazin. 89 Schuss. Das hat sich also gelohnt. Was zu trinken wäre immer ganz schön. Ja, lege ich eins hin. Warte. Ich lege das mal ein Stückchen abseits hier, wo ich jetzt bin. Kann man sich hier eigentlich... Da, die Flasche rollt. Hast du sie? Sehr gut. Was ist los? Kann man sich hier eigentlich ducken? X. Ah, Tatsache. So, die ist ausgerüstet. Aber davon habe ich ja eine. So. Da habe ich 20, 2. Das mit 2 tue ich mal ein bisschen nach hinten. Das ist 0. So. Ich gehe noch mal runter und schaue. Da läuft ein Nubi. Wenn der Nubi sich den Loot nähert, was er tut, dann töten. Ab ihn. Ich stelle mich mal ein bisschen höher an den Baum. Genau. Du musst mir ein bisschen Deckung geben. Ich versuche euch immer noch zu finden, aber ich sehe euch nicht so. So, das ist leer. Eine Hose, die behalte ich mal gerade. Oh, das ist schön. Das ist jetzt so viel. So. Vielleicht noch ein Hemd. Wenn jemand mal ein bisschen Klamotten braucht. Man weiß ja nicht. Oh, da habe ich noch so eine Waffe. Oh, sehr schön. Sehr schön. Da habe ich nochmal ein 62er Magazin. Drop. Vorsicht, da schießt einer. Da schießt einer. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, woher. Ich schieße gerade. Auf einen. Okay, wenn du das bist. Wo bist du, Schleim? Wo bist du, Schleim? Ich bin hier. Hier, hier, hier. Sehr gut. Ich komme hier nach gegenüber. Ich habe recht viel Munition jetzt. Um die, ja, 150 Schuss. Das sehe ich ein bisschen Loot da vorne. Das ist aber, glaube ich, schlecht. Also, ich habe einiges da liegen lassen, weil es einfach zu viel wurde. So, ein 5000es Halsband brauche ich auch nicht. Ich habe einen erwischt, der auf der Straße rumlief. So, sehr gut. Jetzt Richtung Farmersil oder Laufen. Dann lass uns mal so rumlaufen. Wir sind gleich Richtung brauner Villa. Ich habe gerade gehüpft. Du weißt doch, dass wir beide zusammenlaufen und hier hinten rumlaufen. Ja, da war bei einer alleine. Braune Villa seid ihr unterwegs. Stopp, stopp. Da hinten läuft einer. Da läuft einer zur Tankstelle. Gut equipped. Seid ihr bei der braunen Villa? Wir sind gleich da. Da steht einer. Bist du hinterm Baum? Hey, stopp. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich bin beim abgestürzten Flugzeug. Abgestürzten Flugzeug? Fragezeichen? Ja, ich weiß, wo das ist. Jetzt ist hier so... Ja, dahinter, da ist es. Da, 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 da. Wo? Ja, da, du bist du. Da bist du, komm. Hier, ich laufe dir gerade entgegen. Ach, da vorne. Ja, sehr gut. War da noch irgendwas an Loot? Habt ihr Wasser oder Essen? Darkwaff, war da irgendwas an Loot? Gut, dass du das sagst. Nein. Kann dir eine... Kann dir zu dritt ja auch auf den Berg oder was? ...einen Kasten zu essen geben. Ja, wir sind hier oben. Wir müssen mal wieder Leute töten, damit wir Essen und Trinken bekommen. Ich hab jetzt grad was eingenommen und werd damit wieder ein bisschen überleben können. Aber das ist natürlich nicht genug zum Leben, aber zu viel zum Sterben grad. Leute, kommt hier, folgt ihr, folgt ihr. Wer ist denn am Führen? Ich bin hier grad am Führen. Immer schön. Die in der Mitte schauen zum Dorf. Da hinten. Da läuft einer. Genau, im grünen Haus. Im grünen Haus. Von allen Seiten, Leute. Runter. Einer bleibt oben. Ich bin oben. Ich hab den Sniper. Ich hab ihn schon einmal getroffen. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist raus. Der ist jetzt am Zaun. Richtung braunes Haus. Der geht Richtung braunes Haus. Der ist jetzt im braunen Haus drin. In welchem braunen Haus denn? In welchem braunen Haus? In dem großen? In der braunen Villa. Okay. Der geht jetzt nach oben. Ich hab ihn getroffen. Er könnte tot sein. Ja, der ist tot. Der ist tot. Der liegt unten. Sehr gut. Ich schaue. Bleibt hier drumherum. Gebt mir Deckung. Genau. Rein da. Da müsste jetzt ein Lut liegen. Hier rennt einer nackt rum. Ja, hier liegt Lut. Der rennt einer nackt rum. Machen lieber weg. Jetzt jeden wegmachen, der sich nähert. Ich muss gerade mal ein bisschen sortieren. Ich sehe noch einen. Okay. Der hinten bei der Mechanic ist jetzt gerade reingelaufen. So. Drop. 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 F. So, equipped. Sag mal, ähm, Freunde, habt ihr Westen? Ja, ihr habt Westen. Ja, ich kann dir auch eine geben. Ich müsste noch eine dabei haben. Hast du keine? Ich hab Westen. Ich hab, äh, ich hab alles. Sehr gut. Also, trinken kann ich leider nicht mit Ihnen. Sollten wir mal schnell finden. Hm. So, Drop. Ja, das ist blöd, ey. Tausende Wappen, aber nichts essen. Trinken, habt ihr irgendwas für 91? Von was? Am Weißen Haus ist jemand. Beides. So, also Munition hab ich jetzt um die 300, 350 Schuss. Mal grob übersprungen. Du meinst hier was, um zu essen, essen, trinken. Ich kann dir eine, 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 eine Kante zu essen kann ich dir geben. Nee, warte. Da läuft einer rum. Der ist ziemlich gut equipped. Du meinst im Braunhaus? Läuft am Braunhaus. Das bin ich, das bin ich. Ach, am. Nee. Da sind auch immer zwei. Ja, ich seh'se. Schießen, sobald ihr Schussfeld habt. Schießen, sobald ihr Schussfeld habt. Einer ist tot. Einer ist fucking tot. Wer ist der andere vom Haus? Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ja, siehste. Du wirst angeschossen. Wo, wo, von wo? Nein, ich wurd geschlagen. Okay, sehr gut. Den vorm Haus hab ich. Guck mal, ich hab, ich bin seit ich tot. Der hat Wasser. Kommt alle zu mir, ruft meinen Loot, ich bin seit ich tot. In dem kleinen braunen Haus ist noch einer? Im kleinen braun. Hallo, habt ihr gehört? Da ist einer. Dark Bob. Schlagen. Ja. Kommt mal hier zu mir, wo wir eben hier gekämpft haben. Ich bin seit ich tot, ich hab 98. Sammelt mein Loot drauf. Ne, rennt mal schnell nach hinten. 99, ich bin seit ich tot. Ich muss im Haus gucken. Renn mal schnell nach hinten, damit wir, äh. Ja, du bist ja nicht instant tot. So, da sind zwei im weißen Haus. Ich bin immer noch beim braunen Haus. Ich bin immer noch beim braunen Haus. Ich sammle hier grad ein bisschen Munition auf. Der andere im weißen Haus crouch da rum. Irgendjemand schießt hier grad ganz hart. 30 Prozent von uns. Weißes Haus, weißes Haus. Okay, wo seid ihr? Ihr seid bei der großen weißen Villa, oder wo seid ihr? Ich bin immer auf dem Berg. Wahnsinn. Seht ihr mich? Ich bin bei dem kleinen grünen Haus. Ja, ich seh das hier. Siehst du mich? Ah, guck mal links. Ja, ich seh da einen, aber ist egal. Sammelt mein Loot auf. Sammelt mein Loot auf. Sammelt mein Loot auf. Ich hab noch sechs. Ich kann nicht. Ich kann aber eh keinen Loot von dir aufsähen. Ich kann jetzt höchstens in der Nähe bleiben. Dann bleib in der Nähe. Da kommt einer. Ich bin an der Farm gesporen. Ach, hey. Ich weiß, wo die anderen zwei Knaller sind. Die sind an der Farm. Ich werd auch gleich sterben. Oh, kacke. Ich bin an der Farm, die kleinen Drecksäcke. Please stand up. Please stand up. Läuft hier gerade einer hinten beim Baum entlang? Einer von uns? Ja, natürlich. Da unten ist Martins Loot. Da unten ist Martins Loot. Ich hab ihn gesehen. Sehr gut. Yeah, cool. Thank you. Ich muss jetzt auch ... I'm always friendly. Was musst du? Ich renne jetzt eben nach hinten. Um einen besseren Überblick zu haben. Und um meinen Loot zu safen. Oder irgendwie irgendwann angehittet. Gut, ist egal. So, das brauch ich. I don't think so. So. What the fuck? Irgendeiner stießt hin. Okay. Okay. Bye, bye. Bye. So. Ich war da gerade mal ein bisschen ruhig. Denn ich hab mich gerade mal ein bisschen um meine Sachen gekümmert. Darkboth, bleibst du bei dem Loot von Martin? Dann such ich Essen und Trinken. Ähm, ich werd auch gleich sterben werden. Wer ist im braunen Haus? 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 Keiner von uns antwortet. Ich seh den Typen auch im braunen Haus. Gut, dann gib du mir Deckung. Okay, hier ist einer. Der wird mich jetzt gleich ... Ich hab ihn. Der im braunen Haus ist tot. Genau, den hab ich. Ich werd jetzt versuchen, seine Sachen aufzusammeln. Da ist aber noch irgendwo einer. Oh, kacke. Oh, Kaga. Der ist tot. Der ist tot. Der Kaga, irgendwas ist tot. Ja, das ist mein Loot. Wo ist dein Loot? Darkboth, weiß wo. Gut. So. Hey, white guy. Scheiße, da ist einer da, der euer Loot klaut, aber ich hab hohen Pink. Wo ist der? So, der ist jetzt tot, aber ich hab keine Muni mehr. Okay, das sollte nicht das Problem sein. Da kann ich ausrüsten. Da kommt einer. Okay, der ist auf mich zugekommen und hat sofort signalisiert, dass er mich töten will. Da hab ich natürlich nicht lange gefackelt. Schöne Schüsse. Ich hab einen Rucksack. Ich hab auch eine Dose erobert. Schießt jeder hinten nach Weißem Haus? Ich bin aber noch bei eurem Loot am Braunen Haus. Oh. Aber ich werd gleich sterben, weil ich hab kein Essen und kein Trinken mehr. Wo bist du denn? Das ist sehr schwierig auf dem Server, ne? Oh mein Gott, wie viele Viecher hinter mir sind. Zombies. Also, ich krieg schon einen enormen braunen Bildschirm, äh, grauen Bildschirm, aber nicht. Die Frage ist ja, wo bist du? Ich bin weit hinten im Wald. Okay, das ist ein bisschen zu weit weg, weil ich hab grad ein bisschen Essen und Trinken. Ich bin gar nicht mal so weit weg im Wald. Wobei, das bringt auch nichts. Ich muss das gleich selbst nehmen, sonst bin ich nämlich tot. Oh mein Gott, nicht, wer schießt auf mich, wer schießt auf mich? Du bist da bei deinem Loot? Sag doch, was ist, dass du bei deinem Loot bist. Oh, ich dachte, du wärst schon leckst weg. Scheiße, ich werd hier angeschossen, ich werd angeschossen. Wenn grad jemand geschossen hat. Ich bin hier beim Baum, ich bin beim Baum, es leckt grad bei mir. Ich bin jetzt... Er ist nackter. Wer hat grad auf mich geschossen von euch? Nein, ich hab so einfach Munition. Tun nur so immer. Irgendjemand schießt hier ganz hart. So, du bist das, oder? Okay, hoffentlich werd ich jetzt nicht gleich erschossen. Beim Loot. Wer ist das beim Loot? Ich. Sehr gut. Das hab ich jetzt fünfmal gefragt. Hast du Essen? Ein bisschen. Gut. Zwei Dosen. Zwei Dosen? Ja. Scheiße, auf mich wird geschossen. Ich bin tot. Von Kaga. Von hinten, von hinten. Das war von hinten. Ich mach nen Abgang. Wie, du machst nen Abgang? Du musst unseren Loot beschützen. Ich hab nur noch 15 HP. Und keine Ahnung. Aber wir sind eh am Ende der Episode. Die letzte war ja ein bisschen länger. Dann bleiben wir diesmal strikt bei den 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn am Ende wieder alles schiefgelaufen ist. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Da bin ich echt nochmal gestorben. Das ist so nervig. Aber mal schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao. Tö. Tö.